Achtung, Achtung! U-4902 hat angelegt und muss sofort durchsucht werden. Es besteht der Verdacht, dass ein feindlicher Spion an Bord versteckt ist und ins Hafengelände flüchten will. Achtung, Sicherheitsbruch! Der feindliche Spion wurde im Gelände gesichtet. Er befindet sich am Dach der Lagerhalle, nimmt die Dächer ins Visier und schießt auf alles, was sich bewegt. Achtung, Achtung! Der amerikanische Eins-Regling hat sich Zugang zu hochgradig geheimen Unterlagen verschafft und ist extrem gefährlich. Er hat bereits keinen Teil unserer Produktionskapazitäten zerstört und hält sich wahrscheinlich in der Nähe der Flughallen auf.